Spielt ihr eigentlich noch Kinderspiele? Oder besser gesagt, sucht ihr einen Weg vom Kinderspiel zum Familienspiel? Einige Spiele, insbesondere Junior-Version, habe ich jetzt für euch in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Wunsch-Video. Es sind so viele Anfragen eingegangen und vieles versuche ich nach und nach umzusetzen. Pickt mir das raus, was vielleicht auch für euch interessant sein könnte. Und in diesem Video, ich wollte einige Spiele zur Seite legen, es sind dann doch ein paar mehr geworden. Und deswegen würde ich sagen, wir steigen gleich ein. Ich sage was zu den einzelnen Spielen, zum Schwierigkeitsfaktor, zur Altersangabe. Und viele dieser Spiele findet ihr auch in diversen Videos. Teilweise verlinke ich es bis zu fünf Videos, kann ich ja verlinken. Notfalls müsst ihr euch das einfach notieren. Und klassisch, ich habe gedacht, ich fange einfach klassisch an. Dann klassisch kennt es sicherlich der eine oder andere, das verrückte Labyrinth. Hier das Familienspiel, quasi auch hier eine Jubiläumsversion. Und das gibt es auch schon in vielen unterschiedlichen Versionen für Kinder. Und bei diesem Spiel, offiziell ist hier angegeben, ab sieben Jahre sage ich schon, ob man da gleich zur Kinderversion greift oder gleich zum großen Spiel. Da empfiehlt es sich dann oft bei dieser Box, gleich zum großen Spiel, zum verrückten Labyrinth zu greifen. Weil ich glaube, das kriegen auch die Jüngsten hin. Etwas anders sieht es bei dieser Version aus. Und ich werde nachher auch ein paar gar gleiche anstellen. Scotland Yard, der eine oder andere, der Mensch, Jörg, Scotland Yard. Da gibt es so viele neuere Spiele, die ich auch schon vorgestellt habe. Modernerer Spiele, wird der eine oder andere sagen. Ja, aber Scotland Yard ist für die Kinder als Familienspiel ein bisschen anspruchsvoll. Und da bietet es sich zum Beispiel an, eine Juniorversion sich zu holen. Ravensburger, der Verlag, offiziell ist hier angegeben, ab sechs Jahre, weil es einfach einfache Regeln hat. Aber mit solchen Spielen schafft man, je nachdem, auch den Sprung zu einer größeren Version, zu einer Familienversion. Und damit steigen wir ein, ein bisschen einen Parallelvergleich. Und je nachdem kommen da noch Videos, beziehungsweise es sind schon Videos online. Und was man jetzt auch gemacht hat, ist ein Kinderspiel. Und zwar aus der Reihe, sehr beliebte Reihe. Ich muss ganz nach oben greifen, dann könnt ihr euch vorstellen, was da noch alles kommt. Ganz schön clever. Ganz schön clever ist ein sehr beliebtes Roll and Ride Spiel. Ab acht Jahre steht drauf, schon ein Tick anspruchsvoller. Aber ich habe gestern letztes Mal auch so viel Resonanz bekommen, wo ich gesagt habe, traut den Kindern mal was zu. Das kriegen die sicherlich hin. Da haben wir auch Videos gemacht oder ich habe Videos gemacht zu der Reihe. Ganz schön clever, doppelt so clever und clever hoch drei. Das sagt auch einiges aus über den Erfolg des Spieles. Und erst aufgrund dessen gab es oder gibt es jetzt eine Kinderversion. Die heißt auch schon clever und ist angegeben ab fünf Jahre. Und mit diesem Spiel schafft man durchaus den Einstieg oder beziehungsweise von diesem Spiel schafft man den Einstieg in die Kinderversion, wenn ihr was sucht für Kinder. Also ihr könnt da schwenken und habt da natürlich auch die Möglichkeit und wisst durchaus, ob die Kinder Spaß haben. Vielleicht kommt sie irgendwann vom Kinderspiel zum größeren Spiel und da haben sie auch sehr viel Freude, wenn sie ein bisschen mit App gern das Ganze nutzen. Das gibt es übrigens auch als App-Version. Das könnt ihr als App spielen. Die macht süchtig, vorsichtig, aber die ist auch richtig gut. Mal eine ganz andere App, wo man auch Spaß hat. Jüngere, aber auch ältere und kommt super rein in das Spiel. Also das quasi als erstes Spiel. Eine ganz klare Empfehlung, um vielleicht den Sprung zu schaffen. Ja, dann gibt es auch zwei Versionen. Da wurde ich auch oftmals gefragt, Mensch, wann bietet es sich denn an von den Versionen? Und es gibt ja zwei Versionen von Kakasson. Ich habe einige, ja, durchaus, ja, einige Klassiker dabei, aber auch ein paar unbekannterer Spiele, weil das bietet sich einfach an. Kakasson Junior haben wir gespielt ohne Ende. Also haben wir so angefangen ab drei Jahre, drei, dreieinhalb Jahren haben wir jetzt gespielt, sicherlich bis, ähm, ja, sieben, siebeneinhalb. Durchaus. Die Alina hat auch gerne Junior-Version gespielt, obwohl das Kakasson letztendlich das Große ab sieben Jahre angegeben ist. Ja, gibt es ja auch mittlerweile eine neue Version, ein neues Cover. Also schaut mal, wenn ihr da Interesse habt. Aber auch da ist es ideal, den Sprung zu finden. Wenn ihr gerne Kakasson spielt, holt euch je nachdem die Junior-Version, wenn ihr es mit Jüngern spielt oder hier, irgendwann den Sprung. zu Kakasson. Ein gewisser Schnitt ist auf jeden Fall da, das heißt, das ist recht einfach ab vier Jahre. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Tendenz dann durchaus, je nachdem, ab acht Jahre. Hängt aber wirklich davon ab, wie viel ihr spielt. Hans im Glück, der Verlag, Vertrieb über Asmodee. Aber auch ein Spiel, was super ist, wo man praktisch drauf aufbauen kann. So, dann zum nächsten Spiel. Und, ähm, ja, das ist ein Spiel, wo wir wahrscheinlich wieder überall dabei haben. Immer im Urlaub, immer wenn es zu Oma und Opa geht, das ist immer dabei. Mittlerweile beide, Alina und Elias, spielen es wahnsinnig gerne. Und es gibt auch zwei Versionen. Das eine ist Stratego Junior und das andere ist das normale, klassische Stratego. Und das Stratego Junior, habe ich euch vorgestellt, ist da vier Jahre. Aber das ist wirklich sehr simpel. Sehr simpel, sehr einfach. Hat wirklich noch sehr einfache Aufgaben, beziehungsweise einen einfachen Aufbau. Also, da müsst ihr überlegen, ob sich das nicht lohnt oder ob ihr schon mit diesem Spiel anfängt. Ja, meine Kinder sind nicht immer der Vergleich, weil sie einfach sehr viel spielen. Aber, äh, nur Mut. Da steht quasi hier drauf, ich glaube, seit acht Jahren steht dabei. Muss man schauen, ob die Altersangabe hier irgendwo auf der Seite steht. Je nach Ausgabe ist teilweise hinterlegt. Aber die Empfehlung ist jetzt schon sechs, sieben Jahre. Das glaubt man kaum. Weil so schwer ist es, ne? Wir haben es euch vorgestellt. Ich glaube, es gibt auch ein Video mit Melias. Er ist jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel, wo wir das, glaube ich, auch zeigen, spielerisch, wo er sehr jung war. Und er findet immer noch Gefallen, auch mit Schulfreunden, wird immer das Stratego gespielt. Und das ist auch eine Empfehlung. Also, da könnt ihr selbst mit Jüngeren schon zu Stratego greifen. Und werdet über viele Jahre vielleicht euren Spaß haben. Wenn ihr so ein, ja, taktisches Zugspiel, hätte ich beinahe gesagt, aber so ein taktisches Spiel, wo die Figuren ziehen, wo es um die gegnerische Fahne geht, wenn ihr sowas mögt, dann ist das wirklich klasse. Übrigens ist meine Lieblingsausgabe oder unsere Lieblingsausgabe, was auch die Türme dann angeht, es gibt noch eine größere Ausgabe, aber da kann schnell bei den Türmen was kaputt gehen. Die Originalausgabe ist uns immer noch am liebsten. Es gibt, glaube ich, auch eine Deluxe-Ausgabe. Ich glaube, das habe ich euch auch vorgestellt. Aber bei der Standard, da bleiben wir gerne. Auch ein weiteres Spiel, ja, kann man auch schon Klassiker sagen. Ich glaube, ihr seht schon hier auf der Seite Zugspiele. Ja, Zugspiele gibt es wenig, wenige familientaugliche Zugspiele, aber eines der erfolgreichsten Spiele, damals 2004 Spiel des Jahres. Da fällt mir ein, ich muss die Erweiterung auch noch irgendwann euch zeigen. Noch nicht alle, aber da kommen noch welche. Ich habe schon fast alles euch präsentiert. Und Zug um Zug, Days of Wonder Vertrieb über Asmodee ist ein Familienspiel. Das steht ab 8 Jahre drauf. Ab 8 Jahre 2 bis 5 Personen. Und hier bei der Kinderversion ist ab 6 Jahre. Und das ist schon ab 8 Jahre. Und das ist ab 5, 6 Jahre. Also da würde ich schon den Cut dann ziehen. Da sollten die Kinder dann ein bisschen Erfahrung haben. Der Elias hat auch ein bisschen gebraucht, bis er da drin war. Große Karte, viele Möglichkeiten, die man da macht. Aber da sollte man je nachdem erst zur Kinderversion greifen. Und hat man da Erfahrung, hat dann überhaupt kein Problem. Dann seid ihr sofort drin in diesem Familienspiel. Und dann entdecken die Kinder plötzlich eine ganz andere Welt von Spielen. Und finden je nachdem auch Gefallen an solchen Familienspielen. Und prompt ist man quasi, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die Kinderspiele los. Aber quasi die ganzen Kinderspiele werden dann abgelöst durch ganz andere Spiele. Die auch Spaß machen, aber wo ein ganz anderer Anfordernis ist. Und ja, den Erwachsenen macht es sicherlich dann auch einen Tick mehr Spaß. Wenn man plötzlich mit dem Kind dann Familienspiele absolvieren kann. Und was wir auch gerne spielen, und da haben wir auch angefangen. Wir haben angefangen mit der Juniorversion. Soloretto. Und ihr merkt, Spiel des Jahres. Oftmals gab es ein Kinderspiel, da hat man ein Familienspiel draus gemacht. Oder ein Familienspiel, da hat ein Kinderspiel draus gemacht. Und meistens haben sie beide irgendwie eine Auszeichnung bekommen. Spiel des Jahres oder Kinderspiel des Jahres. Und ich bin mir sicher, dass auch in den nächsten Jahren viele Verlage ihre Spielebestände prüfen. Schauen, was gut ankommt und merken, da könnte man auch ein Kinderspiel draus machen. Oder ein Familienspiel. Weil Soloretto ist auch ein sehr erfolgreiches Spiel bei Abacus Spiele. Michael Schacht, um mal den Autor zu nennen, da steht ab sieben Jahre drauf. Aber das kriegen auch durchaus Sechsjährige hin. Also mit ein bisschen Übung. Schaut euch das mal an. Weil hier der Sprung, acht Jahre, das ist ein Jahr. Und da müsst ihr euch wirklich überlegen, ob ihr nicht sagt, Mensch, das Kind ist schon gut, wir spielen auch viel. Dann holt ihr euch vielleicht gar nicht die Juniorversion und holt euch gleich dieses Standardspiel. Gibt es auch in einer anderen Version, Aquaretto, gibt es mit vielen Erweiterungen. All das habe ich euch, glaube ich, auch schon vorgestellt. Schaut einfach mal. Also da ist der Sprung ein Jahr. Und wenn ihr öfter spielt, dann könnt ihr euch gleich das größere Zoloretto zulegen. Spiel des Jahres 2007. Wahnsinn. Also auch sehr, sehr erfolgreich. Jetzt war es eng hier unten, aber ich hoffe, das passt alles. Ich traue es mich gerade. Ihr wisst es, eines der Spiele, das ich immer wieder zeige in die Kamera. Immer wieder, immer wieder empfehle. Und mittlerweile sind wir übergegangen zu Konzept. Wobei, ja, die Alina ab und zu spielt sie gern Konzept-Kids-Tiere. Aber es ist ab vier Jahre angegeben. Vier bis acht Jahre, hätte ich jetzt vor einer gesagt. Und dieses Spielkonzept ist ab zehn Jahre angegeben. Okay, sagen wir vier bis neun Jahre. Also das passt. Aber Alina, die greift mit ihren acht Jahren auch gerne zu dieser Version. Der Lias ist schon bei dieser Version. Und es ist ab zehn Jahre angegeben. Auch ein tolles Spiel. Und der Vorteil ist, zwei bis zwölf Personen. Und hier vier bis zwölf Personen. Beziehungsweise könnt ihr auch mit weniger dann absolvieren. 40 Minuten Spielzeit. Und das habe ich euch auch schon vorgestellt. Und ich mag solche Ratespiele. Hier sieht man da ein bisschen was im Hintergrund. Ich habe das aber auch schon hundertmal erklärt. Der eine oder andere denkt, Jörg, ich habe das aber noch nie gesehen. Haben wir auch ein Video dazu gemacht. Es geht darum, dass man aufgrund von Symbolen auf den jeweiligen Begriff oder auf das jeweilige Tier dann kommt. Hier ist das Ganze ein bisschen anspruchsvoller gemacht. Hier ist es ein bisschen einfacher gemacht. Und das ist ein Spiel für die ganze Familie. Je nachdem mit Großeltern dazu. Wo ihr wirklich eure Freude dran habt. Und wirklich alle ihren Spaß haben. So was bei uns, auch bei Freunden, kam das Spiel super an. Oh, jetzt haben wir so ein Paradebeispiel. Ich habe jetzt hier, und damals habe ich es auch gesagt. Damals Kinderspiel des Jahres. Spiel des Jahres. King Domino. Perfekt. So, Pegasus Spiele. Genau. Perfekt. Super letztendlich eingeriffen. Beziehungsweise durch Blue Orange. Der Verlag hat es auch perfekt umgesetzt. Weil, warum nicht ein beliebtes Familienspiel ein Kinderspiel draus machen. Wo weniger Regeln hat. Aber auch so erfolgreich ist. Und dadurch Kinderspiel des Jahres geworden ist. Dragomino ist ab 5 Jahren nämlich. Kinderspiel steht auch dabei. Und King Domino. Ein bisschen namentlich anders. Thematisch auch. Ist Familienspiel. Ab 8 Jahren. Und das ist ein Spiel. 4, 5, 6 Jahre spielt er das. Und das könnt ihr, wenn ihr ein bisschen gibt, schon so ab 7 Jahre bereits absolvieren. Und das Spiel, das finde ich, das steht immer direkt da hinten. Ich glaube, wir nehmen uns auch wieder mit im Urlaub. Das ist einfach super beliebt. Schnell erlernt. Und hat einen hohen Wiederspielreiz. Das ist wirklich ein tolles Familienspiel. Ja, ich bin voll des Lohres. Ihr dürft es gerne mal ergänzen, ob das soweit auch für euch gepasst hat. Was die Inhalte angeht. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Ideen. Dann dürft ihr es natürlich gerne auch in den Kommentaren hinterlegen. Dog. Ja, Dog gibt es natürlich auch als Kids-Version. Kids-Junior-Version. Es gibt so viele Spiele. Ich habe hier nur einen Teil rausgenommen. Und das ist ab 5 Jahre angegeben. Und das hier, Dog Deluxe, gibt es auch einen normalen Standard. Ich habe jetzt hier die Deluxe-Ausgabe. Gibt es auch eine Holz-Version. Auch noch mehr Deluxe. Ist ab 8 Jahre angegeben. Und das ist quasi auch ein perfektes Spiel, um es beispielsweise zu viert zu spielen. Und hier mit einfachen Mechanismen, auch was die Illustration angeht. Eine Art Mensch ärgere dich nicht, aber viel moderner. Viel moderner. Aber es erinnert natürlich grafisch sehr stark dran. Aber es ist einfach auch ein tolles Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch vorgestellt habe. So viel, was ich euch gezeigt habe. Aber auch hier sehr edel gemacht. Doch, hier haben wir ja auch so eine Holz-Version. Es gibt aber auch nochmal eine andere Version. Aber hier Spielbrett und Holzfiguren, Spielfiguren aus Holz. Und auch hier quasi eine Art Mensch ärgere dich nicht mit Karten. Aber viel besser. Also nutzt mal die Möglichkeit und schaut nach dem Spiel, wenn es euch denn überhaupt anspricht. Auch ein weiteres Spiel, auch sehr erfolgreich. Und da ist auch die Frage, brauche ich eine Junior-Version? Ubongo ist sehr beliebt. Da habe ich euch ja sogar damals das Logik-Spiel. Gibt es jetzt auch Solo-Spiel als Mitbring-Spiel. Da gibt es in einer Extrem-Version, habe ich da oben stehen. Ubongo 3D Family. Ubongo 3D das Größere. Hier haben wir das klassische Ubongo. Aus dem Hause Kosmos mit einer Junior-Version. Hier geht es darum, Plättchen quasi. Ich zeige es vielleicht hier nochmal. Dann zieht man es hier nochmal auf der Seite. Plättchen zuzuordnen. Man hat eine gewisse Anzahl von Plättchen. Und die versucht man schnellstmöglich in seinen Rahmen zu bringen. Das Gute ist, man hat hier zwei Seiten. Zwei unterschiedliche Seiten. Das heißt, spielen jüngere und etwas ältere Kinder mit. Dann kriegen die etwas älteren einfach ein etwas schwierigeres Tableau. Angegeben ist es ab fünf Jahre. Aber auch bei diesem Spiel sage ich, das kriegen auch Jüngere hin. Gebt den Kindern die Chance. Ansonsten holt euch die Junior-Version ab fünf Jahre. Aber hier ist ab acht Jahre angegeben. Weil das Prinzip ist genau das gleiche. Nur es ist natürlich etwas abstrakter gehalten. Es sind teilweise ein bisschen mehr Plättchen. Aber das fällt auch Erwachsenen schwer. Nicht nur Kinder brauchen vielleicht ein bisschen länger. Auch Erwachsene brauchen hier je nach Bereich auch ein bisschen länger. Also auch eine tolle Möglichkeit. So und jetzt irgendwie ist das jetzt Familien-Spiel. Gehobenes Familien-Spiel. Ich habe das Spiel euch damals erklärt. In dieser Big Box. Weil viele haben wohl diese Big Box sich geholt. Und viele haben ein bisschen Zweige. Na, Kennerspiel 2018 scheint also ein bisschen anspruchsvoller zu sein. Also wer Familienspiele gewohnt hat, gerne spielt. Das solltet ihr sich einfach mal die Box anschauen. Oder das Video anschauen. Weil das Spiel ist seit Jahren bei uns sehr beliebt. Auch bei Freunden sehr beliebt. Also auch bei Freunden von den Kindern sehr beliebt. Kommt einfach super an. Und warum nicht nach einem erfolgreichen Spiel. Drei Jahre, wahrscheinlich Entwicklungszeit. Oder der Gedanke da gewesen. Ein Kinderspiel draus zu machen. Und Quacks und Co. ist das Kinderspiel. Nach Quedlingburg auch dazu ein Video. Und das kommt super an. Bei Jüngeren. Hier ist es angegeben. Ab 10 Jahre. Das Quacksalber. Also anspruchsvolleres Familienspiel. Und hier, das ist die Version ab 6 Jahre. 6 Jahre auch. Jetzt habe ich es natürlich falsch gehalten. Und dann fliegt mir das ganze Material nach unten. Weil die Box ist wirklich voll mit Material. Und auch hier geht es darum, seinen Weg zu begehen. Mithilfe von Plättchen, die man dann zieht aus seinem eigenen Säckchen. Und diese auf sein Tableau legt. Um möglichst schnell den Weg voranzukommen. Und je nach Plättchen verschiedene Aktionen zu nutzen. Um je nachdem auch weitere Plättchen einzukaufen. Um in sein Säckchen zu legen. Damit das Säckchen sich füllt. Und attraktivere Plättchen hoffentlich auch gezogen werden. Und das ist auch bei uns sehr beliebt. Aber bei Jüngeren. Also jetzt nicht bei meinen Kindern. Aber bei anderen, wo wir es gespielt haben. Ist es ideal. So ab 6 Jahre. 6, 7 Jahre. Tendenz noch 8 Jahre. Aber dann kann man quasi schon zur großen Box dann. Je nachdem überschwinden. Auch ein idealer Schritt. Praktisch von dem bekannten Kinderspiel. Zu einem erwachsenen Familienspiel. Überzuschwinden. Ja, auch. Ja, das spielt sicherlich. Der eine oder andere mit Sicherheit. Worker Placement. Toller Mechanismus. Alles hat aus meiner Sicht auch ein bisschen angefangen. Mit Stone Age aus dem Hause Hans im Glück. Ja, wieder ein Hans im Glück Spiel. Nominiert. Spiel des Jahres 2008. Und hier. Ich glaube, das war Kinderspiel des Jahres. Stone Age Junior. Das Ganze abgespeckt. Ab 5 Jahre. Aber durchaus ein bisschen anspruchsvoller. Probiert es mal aus. Notfalls 6 Jahre. Also dann auf jeden Fall. Mit etwas Hilfe. Und wenn man da Lust gefunden hat. Bei so einem Spiel. Wo auch ein bisschen ein Tick anspruchsvoller ist. Für ein Spiel. Ab 5 Jahre. Dann findet man irgendwann vielleicht Lust. Und holt sich das große Stone Age. Was eingegeben ist. Ab 10 Jahre. Also da spielt er ein paar Jahre. Aber hier. Wenn ihr da schon Übung habt. Dann könnt ihr hier auch schon früher umschwenken. Und schaut euch das große Stone Age dann einfach mal an. So. Und irgendwann muss ich einen Punkt kriegen. Ich habe noch so viele Spiele. Wo ich da jetzt gesehen habe. Also Katan gibt es als Junior Version. Das kommt ja sehr gespalten an. Katan hätte ich euch noch zeigen können. Das haben wir hier oben noch auf der Seite. Also Fauna. Fauna Junior habe ich hier oben noch. Also es sind so viele Spiele. Ich habe jetzt auf jeden Fall die Namen genannt. Da könnt ihr auf jeden Fall anschauen. Übrigens Katan haben wir angefangen. So mit 7 Jahre. 6, 7 Jahre. Und dann gab es einen richtigen Schub bei den Kindern. Das hat man gemerkt. Aber jetzt haben wir ganz einfach angefangen. Da ging die Partie fast 2 Stunden. Wo mir fast zu lange war. Aber die hatten so eine Lust. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Aber ich bin beim nächsten Spiel. Wir bleiben bei Katan. Wir sind quasi immer noch bei Cosmos. Oder jetzt bei Cosmos. Weil Andor und Andor Junior. Und da gab es auch viele Meinungen von euch. Auch unter dem Video Andor Junior. Was ich euch vorgestellt habe. Schaut je nachdem auch mal in die Kommentare rein. Da sind auch mal andere Meinungen dabei. Es muss nicht immer meine Meinung sein. Vertretbar. Ich finde es gut. Dass auch immer wieder andere Meinungen kommen. Damit ihr da ein Bild habt. Und Andor Junior ist ja das Spiel ab 7 Jahre. Und das ist das Spiel ab 10 Jahre. Und das ist auch quasi ein gehobenes Familienspiel. Und ich habe mir damals gedacht. Vor 2 Jahren war das etwa. Zu Andor Junior. Wo wir das dann angefangen haben. Mit den Kindern zu spielen. So schwer ist es doch gar nicht. Es hat eine Losspielregel. Wo er von 2-3 Seiten versucht reinzukommen. Und da er das Kooperativ und gemeinsam spielt. Ist es durchaus auch was für Kinder. Es ist jetzt zu düster. Etc. Wie es oftmals erscheint. Aber das eine oder andere ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Und deswegen habe ich da ein Video dazu gemacht. Das kommt bei euch auf jeden Fall sehr gut an. Um in das Spiel vielleicht noch ein bisschen besser reinzukommen. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Wenn ihr aber jetzt anfangen kooperativ mit Kindern zu spielen. Das soll einfach sein letztendlich. Dann habt ihr schon die Gelegenheit mit Andor Junior. Ab 7 Jahre. Durchaus ein bisschen jüngere. Müsst ihr einfach schauen wie weit das Kind ist. Die Entwicklung des Kindes. Das müsst ihr beurteilen. Schaut in die Videos rein. Da findet ihr einen Blick. Auch kooperativ. Gibt es glaube ich eine Erweiterung. Je nachdem wann ihr das Video schaut. Also da geht es immer weiter. Und zu Andor gibt es viele weitere Boxen. Insbesondere die großen Boxen. Die empfehle ich. Was ich hier unten habe. Es gibt auch kleinere Erweiterungen. Es gibt Fanlegenden. Das gibt es hier auch. Da habt ihr so unzählig Spaß. Letztendlich braucht ihr. Wenn ihr Abenteuerspiele und kooperativ spielt. Braucht ihr quasi nur die beiden Spiele. Dann habt ihr quasi alles für eine lange Zeit. Weil es da einfach so viel zu entdecken gibt. Und jetzt fehlt zum Schluss sicherlich das eine oder andere Spiel. Ich habe vorher noch ein paar genannt. Was fehlt. Was aber auch ihr empfehlt. Wo auch vielleicht der Schritt ist. Vom Kinderspiel zum Familienspiel. Weil es ähnlich heißt. Vom gleichen Verlag. Je nachdem auch kommt. Aber auch sich ideal eignet. Es gibt ja so viele Spiele. Aber da gibt es sicherlich die eine oder andere Idee von euch. Oder Ergänzung. Dann gerne in die Kommentare. Ich hoffe ich habe euch mit dem Video ein bisschen weiter geholfen. Konnte euch eine Stütze geben. Was jetzt Kinder- und Familienspiele angeht. Es ist immer schwierig so einen Schnitt zu finden. Immer schauen was ich da noch in Zukunft mache. Ansonsten schaut ihr einfach in diese Playlist. Wunschliste, Topliste. Da habe ich einiges gemacht. Oder schaut in die einzelnen Videos zu dem Spiel. Was ich euch auch vorgestellt habe. Da bekommt ihr auf jeden Fall auch einen Blick. Da sage ich zumindest bei den Neueren immer was zum Alter. Da gibt es auch immer ein Fazit. Der Anfang war bei mir auch hölprig. Aber letztendlich sind es gewisse Abläufe. Die sind verankert. Da könnt ihr auf jeden Fall reinschauen. Die Videos. Und habt vielleicht die eine oder andere Ergänzung. Dann gerne unten in die Kommentare. Da würde ich mich sehr freuen. Wer übrigens, wenn das gefallen hat, vergesse ich mittlerweile oft zu sagen. Daumen nach oben. Wer noch kein Abo hat, klickt drauf. Und wenn ihr euch das eine oder andere Spiel jetzt holen wollt. Waren jetzt auch ein paar Ältere dabei. Da schaut beim Händler vor Ort. Bleibt euch überlassen. Oder ihr nutzt die unten genannten Links. Stöbert ein bisschen. Und unterstützt uns da automatisch. Und zahlt für Spiele. Beziehungsweise Produkte. Es müssen keine Spiele sein. Zahlt ihr nicht mehr. Das zum Thema. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit. Jetzt muss ich irgendwie alles wieder aufräumen. Aber mir hat es gefallen. Euch hoffentlich auch. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Und bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.